Hallo, mein Name ist Matthias, ich arbeite in der Abteilung Hochfrequenz der Linenkommunikationssysteme und entwickle hier einen Sender und Empfänger für einen Onboard-Prozessor, der 2018 in Space geschossen werden soll. Besonders am Fraunhofer gefällt mir, dass man ein Projekt von Anfang bis Ende begleiten kann. Und das ist, glaube ich, auch das, was Fraunhofer ausmacht, dass man nicht nur über den Tellerrand schauen kann, sondern es auch soll.